Wenn du einen Ausreiseantrag gestellt hättest, die hätten dich gleich eine Woche später rausgelassen. Das ist ja ein Privileg, dass ich mich ganz schnell auswandern kann. Was denkst du, wie sich andere DDR-Bürger danach gesehen haben? Ja, das stimmt. Rausgelassen. Ich wollte aber nur gerade hierbleiben, bei dir und in diesem Haus. Ja, aber von wegen Privileg, Tine, insofern war es ja auch privilegiert. Wir hatten ja auch den Auftrag, wir sollten die sozialistische Ideologie verbreiten. Und natürlich, die, die das nicht taten, die wurden dann mit Misstrauen beobachtet. Guten Tag, liebe Mädels und Jungs. Das BMK BFL begrüßt euch herzlich herzlich zur Ferienlager-Saison 1985, hier bei uns in diesem schönen Objekt an der See. Null. . Okay. 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 Vielen Dank.